Go Gnas Digitage. Am 25. September. WISA GmbH. Wie die Digitalisierung helfen kann, die großen Themen unserer Generation zu lösen, am Beispiel Altersarbeit. Andreas Opelt. Was die digitale Zukunft bringt. Spannende Ausblicke, inklusive innovativer Beispiele. Beginn ist 18.30 Uhr im Gnaserhof in Gnas. Eintritt ist frei. Eine ganze Woche geballte Ladung Information durch Workshops und Vorträge im Gnaserhof und in der NMS Gnas rund um Digitalisierung, Innovation und Wirtschaft.